So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Nun flüchten wir immer noch hinter dem schönen Traktor und haben schon wieder einen von den hässlichen Typen Streck vom Traktor. Ja, weg mich doch am Ärmel, du. Am Zern, wo der Vektor. Alter Fleischsack. Oh, der lebt ja noch. Das ist aber blöd. Äh, warum lebt der eigentlich noch? Äh, da kann der nicht hin. Na gut, glaube ich, da haben wir gefehlt. Der Blick sagt alles. So, alles gut. Warum folgt der Typ mir eigentlich immer noch? Äh, bleib mehr fort! Ach, Gott sei Dank. Äh, wir sind eh gut, dass die Falljagd hat. So. Macht das Tor zu! Leute! Also der Heimsektor, der steht dann noch was. Hallo? Hallo? Ach, sch. Tja. Tja. Was ist denn eine Frage? Deine Pfeile in die Schulter stecken, wo so mit dem alles okay ist. Ja, na, aber na, aber hält den Kenner, der wie? Gott, verdammt, es tut mir leid. Hey, y'all! Mark! Oh, mein Gott, was ist passiert? Sie wurde mit einem Aero. Christ, sind Sie okay? Ja, ich bin okay. Gut, ich muss nur... Ich muss nur... ...pull es raus. Oh, nein, Lieber, komm mal, Brenda's got you. Komm mal, jetzt rein, jetzt. Wir haben euch alle geschlossen. Gut, wenn nicht, sind die anderen jetzt alle da wieder hier. Ich glaube, es waren sie, die uns attacken. Sie gaben uns viele Probleme in dem Anfang. Sie haben ein paar von unseren Farmhänden getötet. Das ist dumm gelaufen, was sagt man sonst natürlich nicht. Das ist dumm gelaufen, was sagt man sonst natürlich nicht. Das ist ein neues Wort. Hm. Das ist toll. Oh, Mann. Oh, Mann. Was wir brauchen, ist zu finden, um unsere ganze Gruppe hier zu bleiben. Wir nehmen diesen Ort, wenn wir müssen. Oh, all die Jets da, Rambo. Die sind schöne Leute. Lass uns nicht alles tun, um uns rauszuholen, bevor wir essen. Ich gehe raus und helfe Dan mit diesen Banditern zu helfen. Ihr euch sollten versuchen, Freunde zu machen mit Andy und Brenda, während ich bin. Genau, du sollst irgendwie inschleimen. Ich habe Charme kommen aus meiner Aas. Ja, das ist wirklich Charme, Dad. Wo sind Ben und Carly? Seit Carly und Ben ateen, ... ... ... Alles klar. ... Scheiße, ich habe schon mal nur ihr Kack gesucht. ... ... ... ... Dort ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, irgendwie. Oh, was soll's. Kann ja nicht alles haben. Was ist der Unne eigentlich? Ah, Benzin kann ich da. Das ist... Ist gut, ne? Echt toll, so ein Ding. Da war ein Generator. Das ist mir klar, dass das Ding... Ja. So, was ist denn das da eigentlich alles hier? Ja, Spitz. Ne Säge, ne Säge. Ja, wäre echt cool gewesen. Ein paar Brede. Ist klar, dann haben wir das auch mal hier erforscht, weil wir müssen ja wirklich alles, guck, dass alles sicher ist. Weil immerhin haben wir Kids dabei. Ja, oh, da schaukeln sie mal schön rum. Das ist gut. Sicher. So, jetzt muss ich die anstuppen hier. Mal gucken, wie das geht. Ah, okay. Das ist schön. Ja, bestimmt. Das ist... Das ist ein Killer. Der übersteht alles. Ich hoffe es so. Okay. What do you think of the dairy? It's pretty. It reminds me of how things used to look before. Ja, es ist. Ja. Hm. Das. ja 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 Richtig Lange die andere Typen und die kein fein in Shade, Jorg, das ist ja ausraste kleben das ist das irgendwie läuft der doch ein bisschen langsam das ist jetzt ganz gemütlicher typ das macht er sich nicht eine scheune was haben wir in der scheune ich will da rein das ist mir klar das ist auch nicht gut weil der zaun geht noch bis dahin da könnten also dann die anderen durch das fenster egal ich mach mir zu viel Sorgen oh was ist das Mist oder auch noch Heu Looks like a feeding station für die Kau Fläschstation für die Kuh die wir haben für die einzige Kuh na bestimmt ich weiß nicht, aber ich glaube er ist in guten Händen jetzt ja? es ist nicht zu schlecht? es wird mir gut ich habe gesehen, die Leute durch die Schmerzen wie können Sie alle bringen uns zu diesem Ort so ist das Leben so ist das Leben Schleim ist immer gut, ne? so, okay genug gelabert muss weitergehen ne, wahrscheinlich eher nicht so so, dann gehen wir mal hoch ins Haus ich hoffe nur, dass die Kinder nicht drangehen das wäre nicht ganz so cool was ist das jetzt eigentlich, hä? warum kann ich jetzt da noch an den Zaun klotzen? also, so meint er ja, da hatten wir leicht Glück das wäre schon cool gewesen, wenn ich das mal jemand verklickert hätte dass ich mit Fallen beschossen werde ja dann klatschen wir uns mal jetzt an klatschen wir uns mal jetzt an we're just doing reconnaissance for now no use getting ourselves killed yeah, I'll be back soon, Clementine please be lucky I will I'll be back so cool, ich habe ein Gewehr, wuhu cool cool ich habe mir noch ein Gewächeln cool 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 hm ganz weiß ist da jemand? toll, ein Zelt also wer hätte das bitte übersehen können Schleiche ins Lager bin ich ja schon dabei ok ja 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 ne Das sieht doch nur Essen aus. Na, ist nur Wasser. Schauen. Was haben wir da? In den ersten paar Tagen haben sie gesagt, dass die Leute auf die Säbelots in der Interstate gegründet haben. Was ist etwas wert? Okay. Wir wissen nicht, welches Camp das ist. Es kann nicht Bandits sein. Es muss sein. Aber sie haben nicht ihre Nachbarn. Hm. Hm. Ist klar, ist klar. So. Und jetzt? So, dann haben wir das Ding weggeschmissen damit. In Kaufsburg. Tja. So ist das, ne? Wenn was leers geht, mal erst mal zu Pennen. Mal reinschauen. Das ist ein... Coolen Stuhl. ist alles leer sagt man will mich verarschen fanden den jensten als wir haben hier noch einmal eine gewöhnung bei johannes in der wundervolle gibt es auch übergift lillian sanz lachschies mann am besten marken sie johannes umgehen und ich habe einmal mit dem ding geschossen Wobei ich damit gut umgehen kann. Hallo? Was haben wir denn da drinnen? Nichts. Typisch mal ein Glück hier. Ja. Und jetzt sehen wir hier flötende Gegend rum. Okay. Sicher? So, leere, verschissen in der Hose kann man immer gebrauchen. Da komme ich nicht rein, da komme ich nicht lang. Sag mal. Na, jetzt laufe ich eigentlich nur blöd in der Gegend rum. Kein Blossensdunst, wo ich lang muss. Ha. Ha. Gut, nee. Ich würde ja gerne mal irgendwas Brauchbares finden. Was macht denn der Typ eigentlich da hinten jetzt? Da ist wieder alles nicht brauchbar. Ich habe mich so, wie der Eingestellten hingekommen ist. Irgendwie fühle ich mich gerade leicht unnötig. Ja, das hat nochmal in das Zelt rein klotzen. Was ist das? Ein Bild. Das war doch gerade die Mütze von Clementine. Ist das vielleicht die Mütze von Clementine? Oder wer ist das? Du bist nicht. Du bist nicht weiß. Du schützt mein Schein. Du schützt alles von mir. Wer bist du? Du schützt hast du? Ha 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 ha. Schau, es ist nicht sicher hier in der Hose. Du musst zurückkommen zur Däri. Oh, es ist ein helles viel sicherer hier als da da, du besser glaubst. Jetzt vielleicht hast du es gehört, letzte Mal. Wenn ich dich gefragt habe, liebte, putz deine verdammte Arme an! Du denkst, dass ich dich nicht töre? Ich nehme das hier eine Crossbow, und lege ein schönes Aero in deine Augen. In dein verdammter Gehirn. Du bist nicht Männer, du bist Monster. Alle Männer sind Monster. Geben, was sie wollen, und dann zerstörst du alles. Geben, eine kleine Mädchen. Das ist alles für dich. Wo hast du diesen Hatt bekommen? Die kleine Mädchen? Du hast sie von ihr verloren. Also, was ich? Du hast sie von mir verloren. Was? Oh, Mann. Oh, Mann. Ja, genau. String sie auf dem Baum. Dann gehe ich nach dem Farn, und schreien alle die Leute, die ich sehe. Die Crossbow. Nein, Herr, ich brauche es. Ich brauche es, die Leute zu töten. Ich brauche es. Ich brauche es. Ha, 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 ha. Geben, dann erzähl ihm, bäude. Ja, sag ihm, was du in mir hast. Oh, oh! Uh. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. so das ist eine gute idee also haben wir gerade geschossen bedeutet dann kommen doch die die jungs kunkler angelatscht das wird zweites mal gehen am poschen mitnehmen auch die so Es ist echt traurig. Was haben die großartig angestellt? Er hat nur einen Typ in die Ohren geschossen. Das war es doch dann auch schon. Alles. Als noch am rumstreiten hier. Was ist denn mit ihnen? Ich weiß nicht. Ach was. Ja, du kannst das sagen. Sie sehen nicht genau wie wir das machen müssen. Na, es ist wahrscheinlich nur das Hunger zu sprechen. Und Lea? Du wirst dich über die Banditse. Ich bin sorry. Du hast mehr Gewalt gesehen, als ich in deinem Zeitpunkt dachte. Aber Sie sind alle sicher hier. Du wirst dich nicht sicher. Ich denke, ich werde nachher schauen. Nicht zu weit. Dinner wird bereit, bevor du es kennst. Und danke für deine Freundin Koch. Sie und die Kinder sind in der Wohnung. die Kinder mit den Klan. Der Wunsch muss essen. Der Wunsch muss essen. Welche Frau? Egal. Hi. schon schön alles klar gehen wir in den Stall aber das Ganze in der nächsten Folge bis dahin macht's gut und haut rein